moin moin und hallo und herzlich willkommen zurück zu dead by daylight wir spielen heute mit den trapper weil ok es ist immer rausgegangen wir müssen drei leute in die bärbenfalle kriegen und ja ich habe mit den trapper ich bin mit den trapper level 47 aber irgendwie habe ich nichts halbes und nicht ganz nichts ganzes was ich irgendwie verwenden könnte ich habe jetzt einmal bamboose barbecue und chili beobachten und zuschlagen ich habe gerade irgendwie an den englischen namen versucht zu denken aber das ist mir gar nicht eingefallen das sloppy butcher und verdunkelte fallen zwei zusätzliche fein die wir tragen können und ich hoffe da kommt gleich jemand weil ich habe eigentlich lust zu spielen die 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 das schreibt sich das wollte ich vier perks für die nöse vier vier perks für die nöse ich habe vier perks für die nöse ich weiß nicht habe ich vier perks für die nöse da 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 okay reicht ein killer muss ernst sein wir sind brutale killer leute sind in unserem gebiet eingedrungen und sie werden dafür bestraft das ist unsere aufgabe sie sind in unseren sie sind in unseren ich habe irgendwie das gefühl dass der game kommt aber ich glaube nicht ne gott sie sind in unseren holgarten gegangen eine falle hier wenn die hier ausweichen wollen für ich gehen hier rein wir dürfen nicht zu viele fallen planten einfach weil das zu viel zeit hier raus nimmt aber schon mal ein paar standard fallen legen sollte kein problem darstellen gut dann gucken wir jetzt langsam mal um gut das sollte erst mal das reichen wir haben hier durch die wand jemand gesehen halleluja und da ist schon der erste gen und da ist schon der zweite gen das ist einfach schrecklich wenn du in den wetlands bist du hast nix um die gens zu verlangsamen das ist einfach der horror oh das ist einfach ertr habu ne zu 很低 okay das ist einfach okay das ist einfach hier und Schweinerei. Die hat mir mein Sichern... Also die verfolge ich jetzt einfach, weil das war eigentlich ein Save. Guck. Nö, mittlerweile weiß ich... Okay, Disconnect, sehr schön. Das macht es mir deutlich einfacher. Das Schöne ist, die Leute scheinen anscheinend nicht zu wissen, dass ein Disconnect mir mehr hilft, als es mir nicht hilft. Gerade jetzt. Oh, guck mal, da kam schon eine Nachricht. Oh, verdammt. Nein, nicht da lang reden. Dein Ernst? Hat die sich gerade befreit, während ich sie gerade greifen wollte? Nö. Kriege ich das hin? Na, ich glaube nicht. Das sollte... Nicht klappen. Ah doch, funktioniert nicht. Sehr schön. So, dann nehmen wir die Falle hier. Ja. Machen wir das bitte. Und, ist das? Na, gucken wir mal. Wo laufen sie denn lang? Ah, schade. Knapp, der nimmt es auch vorbei. Getroffen. Wo läufst du lang? Wo läufst du hier lang? Erwischt. Ich könnte jetzt... Ich habe leider das Pech, dass ich hier echt schlecht darin bin, diese komischen Mondlichtlampen zu finden. Aber so koordiniert, wie die auch sind, gehe ich mal davon aus, dass sie sowieso schon alle eins davon... Oh. Oh. Hoops sind leider... Äh, die Gents sind leider sehr weit verteilt. Habe ich hier gerade jemanden gesehen? Hm, anscheinend nicht. Hey, wo rennst du hin? Wo rennst du hin? Ja. Ja. Sehr schön. Wenn ich ihn angehakt habe, werde ich euch auch teilhaben lassen an dem, was die Person geschrieben hat. Ich meine... So. Die Person wird danach... Okay, ich kann doch nicht euch teilhaben lassen, weil... Spontan irgendwie das Gefühl hatten, wohl retten zu müssen. Sorry, wusste nicht, dass du dir wüsst. Ah, sehr schön. Die Wendon Trap hat's gemacht. Hi. 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 Gut. Joa, die sind gar nicht mal so... Besonders. Ah, da hinten. Am Jen. Wollt wahrscheinlich kurz davor sein... Äh, kurz davor... ...fertig zu sein. Hi. Hi. Wird sie für den Anhoch gehen? Ja, sie ist auf einem guten Weg dahin. Na, 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 na. Hi. Solange sie noch nicht tot ist. Komm. Hast du dein Decider verfehlt? Vorhin. Ist ja ein Träumchen. Sehr schön. Damit haben wir das gewonnen. Habe ich irgendwie nicht erwartet. Gut, und jetzt lesen wir die Nachricht, während die Person stoppt. Tunneler. Okay. Kuss. Wo ist denn der Stern? Da ist der Stern. Da, bitte. Ja, das war eine gute Runde. 128.000. Es ging leider alles ein bisschen zu schnell. Was sei dafür gesorgt, dass wir, glaube ich, nicht allzu viele Punkte bekommen haben. Ja, 5.000. 6.000. 4.000. 5.000. Ja, kann ich mir nicht beschweren. War eine gute Runde. Fand ich gut. Hast du die erste Killer-Runde? Ne, ich habe Folgen gespielt. Stimmt. Ich mag es, wenn Leute sich beschweren. Tunnel ist so wirklich das Lächerlichste. Wenn Jen fast fertig ist, dann rennen die auch immer wieder zum gleichen Jen und wollen den beenden. Aber da beschwert sich ja keiner. Weil das ist normal. Aber wenn ein Killer nach jemandem, auf jemanden Jagd macht, der fast fertig ist, in Anführungszeichen, dann ist das böse. Dann ist der Killer ein Spielverderber. Dann ist das einfach eine Schweinerei. Und das darf man doch nicht tun. Und das ist so der größte Rotz, den man einfach behaupten kann und flamen kann. Also von daher, größter Unsinn. Aber ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen. Hoffe, ihr seid beim nächsten Mal wieder mit dabei. Haut rein, Leute. Tschö. Mit Öl. Tschö.